Gut, hier ist die erste Folge, rocke dich. Gary, Yanni und Taylor sind mit dabei und ich bin mit Taylor in einer Gruppe. Hui! Oh ja, genau. Entschuldigung, wenn ich mich kurz nicht bewege, ich muss auch nochmal eben. Ein Moment, ich komme mit der Steuerung gerade klar. Ja, ja. Hui! Wunder. Prost, Ravi. Nein. Also gegen Turbo. Liebe und Frieden. Nein. Ich habe die Steuerung noch nicht verinnerlicht. Geh weg. Nein. Sehr gut, Gary. Gary, du Lende. Und dann nur mit Vorderge, ey, das ist schon nicht wahr. Hehehe. Gewalt der Beulter sagt, oah, nein! Ruhe, ich bin sehr gut, Gary. Ja, was ist denn das? Hey, Alter. Wow. Das ist das übelste Teamwork, ist das. Spielen wir nach Punkten oder nach Zeit? Das ist beides. Zeit. Es gibt immer nach Zeit. Immer fünf Minuten. Aber ich glaube, das kannst du auch ändern, ne? Das kann man einschneiden. Leck, Mist. Nee, das ist cool, wenn das Spiel ist, würde ich sagen. Ist der drin? Mit? Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Oh, ähm, ja. Mist. Hey, wie Gary die Dinger da so rüberhebelt. Gary ist richtig erhebelt. Gary ist richtig erhebelt. Ja, ich habe es noch ein bisschen geöffnet. Ah, okay. Und, äh, ich weiß zum Beispiel, dass man... Yo. Dass man so eine Art Fallrückzieher machen kann. What? Ach, Mist. Ah, schade. Leck mit der Ohr im Müll. Mist. Ah, den habe ich nicht mehr. Ah, Mist. Jawoll. Jawoll. Wöö, Popcorn vorne. Kake. Wie ein Witze. Hauptsatz Popcorn. Wir haben die Dinger. Hui. Mist. Oh, was? Weg da. Ja, sehr gut. Alter. Gebt doch. Ach, verdammt, das war unser Tor. Alle im Tor. Gut, ich konnte ja nicht noch weg haben, ey. Schön. Warum habe ich mich gerade gefreut? Ich bin doch gekloppt. Nee, stimmt. Oh, fuck. So eine Frage gerade selbst verantwortet. Nein, 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 nein. Sehr schön. Liebe, Frieden. Liebe, Frieden. Das ist der Dorf, man. Oh, shit. Das hätteste Rocket League Spiel aller Zeiten. Und, nein. Fuck. Ich lieg am Rücken. Nein, 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 nein. Wirst du springen gehen? Nein! Welche Richtung? Oh, Alter, er trägt den. Was? Ja, die ist wie der Teufel. Kann man nicht trauen. Ach, du bist doch einer. Das gibt's an mich. Pflanzparode. Okay. Weg. Mist. Oh, Lobi. Entschuldigung, Entschuldigung. Lobi, ich bin nicht, glaube ich, reingesprungen. Ne, ich bin hier reingesprungen. Ich habe nur gesehen, deswegen habe ich das aber nicht mehr reagiert. Fuck. Oh, nein, nein. Komm, komm, komm. Schei, Klaus. Yes. Alter. Ausgleich. Ah, wir haben nicht reingesprungen. Ich bin ein Minat Fleischwäste. Schön. Für spätensprungen. Warum? Wie bist du früher als ich am Ball gewesen? Das ist, weil du zu langsam bist. Das hat nicht bloß gestartet. Hey. Nein! Warum stehe ich im Weg? Ich habe wenigstens noch Jani zerstört. Aber du hast auch das Tor verhindert. Ja, weil genau da mein Nidro ausging. Was mache ich denn da? Ja, sehr schön, Alter. Jawoll, das war schön. Das war Team Play. Das war sehr schön. Das gucken wir doch mal an. Ja, da wieder bei. Sagen gespielt. Hat Jani sehr gut vorgelegt. Ja, hat Jani sogar noch ein Trall mitgegeben. Wahnsinn! Hallo? Ohohohohohohohoho, komm! Ich versuche es, ich habe es vermasselt. Ah, Entschuldigung. Was? Hä? Ich bin vielleicht echt die Orientierung, ey. Kopfballduelle im Mittelfeld, wer spricht eine Höhe? Natürlich Landmann. Landmann? Landmann? Ja, Gravi. Sehr schön. Für Lanke zu werden die Blindmann, der Mann mit dem Durchblick. So, man macht das ja jetzt immer so, ne? Sehr schön. Hurenböcke. Ja. Fan voller Name. Yay. Schön. Oh Gott, zurück. Gibt es nicht noch diesen Modus mit, ähm. War es nicht dabei? Gibt es noch? Mit, ähm. Haben wir uns noch rausgegangen. Mit den Items. Du könntest trotzdem. Ich bin dann noch in der Gruppe drin. Ähm. Rumble heißt das. Rumble ist Dreck. Was? Weil können wir nochmal machen. Jetzt sind wir nur zu dritt. Hä? Ja, weil Gravi retardet ist. Nein, ich bin nur im Hauptmenü. Ich bin trotzdem in der Gruppe. Ja, oben. Ja, wir sind doch in der Runde drin. Wir sind doch in der Runde drin, du. Du musst kommen. Oh, maja. Ja, wir sollen jetzt alle raus oder nicht? Ja, müssen wir ja. Weil du das Auto wechseln. Es tut mir leid. Ja, ganz ehrlich. Äh, Spiel verlassen. Gravi. Gravi. Man, ey. Es gibt's doch nicht. Du hast mich so ein bisschen gemobbt. Ja. 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 So, du warst schon Zuteilung, ne? Ja. 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 Mit wem bin ich jetzt zu... Oh. 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 Sterben. Ja. 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 Ich war schon oben drüber. Oh. Ja. Ja, okay. Nein. Ja. 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 Der Flitzer war so weinbar. Ich hab kein Nitro! Nein! Nein! Sehr schön, Jürgen. Danke. Guck mal ein neues Video auf YouPorn. Okay, ich bleib im Tor. Okay, mach ich auch mal. Der Stand ist noch gar nicht im Tor. Ja, sehr schön! Zu viel zu, ich bleib im Tor. So viel zum Thema, ich bleib im Tor. Ich wollte nur Busson. Das passiert immer, immer passiert das. Okay, du gehst drauf. Okay. Ich bleib im Tor. Ich bleib im Tor. Ich bleib im Tor. Am Mist. Nein, dann neben. Oh. Da. Nein, da ist Käpt'n nicht! Was schreit der Typ da? Ich komme da vorne! Goal? Keine Ahnung. Oder Score? Senke boh! Wow! Mein Mangel ist einfach zu klein, ey! Nein! Ja! Nein! Scheiße! Irgendwann haben wir eins vor bisher! Wenigstens eins! Ach so! Oh! Vorlage! Ah Mist! Oh oh! Alter, wie er immer genau das vortritt! Ey! Ist das wahr? Wir haben das Ziel verschwunden. Kleinen blöden DeLorean. Das klein ist der gar nicht. Der wäre ganz schön teuer. Ja, natürlich. Ja, nee! Das gibt's nicht! Ja! No! Als ob, weißt du! Am Rocket Pass und dann in den DLC waren. Ja, ja, ja. Ja. Ich hab noch so einen Extra-Boost freigeschaltet. Geht doch. Ich kann halt Zeitreihen machen. Ja, 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 ja. Mhm. Fuck. Sehr schön. Ja. Ich liege. Nein! 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 Sehr gute Vorlage! Alter! Der war einfach knapp. Das ist gut zu üben. Mit der Arsch. Ja, schieß mich eben drüber. Warum hast du gebremst? Ich hab nicht gebremst. Du warst langsamer, dass der nicht bremst. Warum hast du ein Turbo reingehauen? Weil ich den Ball wollte. Was? Ey, die wissen auch wie genau die den Ball führen müssen. Ja. Zum Tor. Ja. Zum Tor. Dabei spielen wir eigentlich noch wie Anfänger im Gegensatz zu manchen, die da immer in Rank-Mode spielen. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Oh. Wollt ihr nicht? Mich wollt ihr auch mal lassen. Nein! Ja. Oh. Der war immerhin schön geblockt. Oh. Alter, Jani! Wie viel Ball? Wie war ich? Bei mir wäre der Ball irgendwo weggesprungen, wenn ich den mit dem... Ja genau. Gravi wartet in der richtigen Ecke. Ja. Nein! Ich mein, sind wir schlecht? Ihr habt ein Tor. Ja, die beiden sind einfach nur sehr gut. Oh. Nein! Das springen muss man auch erstmal rauskriegen. Ja. Ja, nee, Alter. Ey, das gibt's nicht! Der treffelt ja alle ab. Schieb den einfach vor sich hin. Schieb den einfach vor sich hin. Ja, die tryharden voll. Ja, er ist wirklich konzentriert. Guck dann nebenbei noch ein Video. Ja, ja, ja. Ja, natürlich. Er spielt nebenbei noch Apex. Weißt du? Er spielt nebenbei noch Stardew Valley. Hier. Was machst du denn? Schlafen? Ich weiß, dass du nicht die schneidest. Guck mir hier Sachen an. Huch. Ah! Es geht, es geht, es geht! Oh nein! Der hat keinen Sinn mehr. Der hat keinen Sinn mehr. Jere! Uhu! War das wirklich mein Tor oder dein Tor? Ne, das hat ja deins. Was? Warum fliege ich drüber, Mann? Alles gut, ich stand drüber. Mach das gerade, wenn ich von 100 Jahre zu früh sprich. Schiff so ob Salah in Kiebis ist durch die Mann die 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 Dürfte ich denn mal. 2 zu 12. Die 10 Tore. Ich habe schon schlechtere Spiele gespielt. Nein, daneben. Nein. Ich wollte auch nochmal, aber okay. Warum bin ich so blöd und warte dahinten? Freundlichkeit? Ich habe keine Ahnung. Spielt ihr mit Ballkamera oder ohne? Mit. Äh, mit. Nur ohne. Ich mache die manchmal aus Versehen an. Ich finde das das Schlimmste, was in dem Spiel gibt. Das ist so hektisch, wenn du dabei zu gucken musst und einer hat die Ballkamera nicht an. Du hast gerne, ich schieße weg. Nein. Fuck. Das kann doch nicht wahr sein. Komm her, die 20 schaffen wir auch noch. Das war eben erst für 48 Sekunden. 20 schaffen wir im Knack. Wir gehen jetzt nie. Und so natürlich nicht. Ich glaube so aber schon. Also 20 schafft ihr nicht. Das wäre peinlich. Ich fress mein Mikrofon, alter. Mach besser nicht, weil es bestimmt war. 60 Euro. Und denn? 60 Euro fressen oder gefressen werden? Ja. Hey. Geh weg. Oh, der war aber Hammer. Knapp davor, knapp weg. Der wird mir nicht. Knapp davor ist auch daneben. Knapp davor ist auch daneben. Knapp daneben ist auch davor. Knapp. Ist auch knapp. Knapp und knapper. Nein, ich bin tot. Knapp davor ist auch nicht so gut. Joku. Ja. Klaas. Gravi, äh, Gary, wir müssen uns darauf konzentrieren, einfach den Ball zu behalten. Oder Gary zu töten. Egal das mal nicht. Das ist illegal. Und wie geht's denn? Wir müssen schon hinfahren, ne? Ne, ne, hatte ich nicht. Ja, Tor. Etlich mal. Ich glaub, das war einfach nur so ein Mitleidstor. Ne. Geht's euch besser? Hat mein Bestes gegeben. Gib doch zu, das war ein Mitleidstor. Ich auch. Bin auf Gas gegeben, also ich kann mir nichts froh werden. Son, die Hitsch. Die Fickschwänze haben wieder gewonnen. Hey. Was heißt denn, wieder? Schöne Folge für YouTube. Ja, genau, danke. Okay, tschüss. Dass das Spiel noch nicht spielt. Nichts meus. Äh. Ich kann es nicht viel machen.